Weil wir dann ja gleich ein anderes Spiel darstellen würden. Hehe, mehrere andere Spiele, ja. Überall alkoholische Ertränke. Jo. Kein Granatwerfer unter dem Tresen. Boah. Der Kerl hat immer wirklich Menschen, äh, Dingens da, ne, Vertrauen. Mhm. Billard Q. Kühl, aber okay. Kühl, auch gut. Bewege dich. Sag so, beweg dich. Sag so, beweg dich. Okay. Nein, die ziehe ich jetzt aber nicht alle durch die Gegend. So viel ist mir dann PSI dann doch noch wert. Guck mal, Superman. Ja, hab ich gesehen. Ich glaub, mehr ist sie aber auch nicht. Schade. Hier wär ein schönes Gimmicks zu verstecken gewesen. Was gab's hier in dem Bereich dann, außer nischt? Ähm, Spaß vor der Entchen und... Ne, da geht's weiter. Wo genau. Da geht's hoch. Wappala. Wo ist die? Hinter der Tür. Ich mach das. Okay. Am besten, wenn sie nicht mit dich im Visier hat. Okay. Bist du. Let's see. Got it. Ah, jetzt sehe ich sie wieder. Block. Ah, ja. Jack, ich informe Marcie Carson, so schnell wie möglich, über was passiert ist bei Monterby Station. Wie ihr wisst, ihr husband Jefferson gearbeitet dort. Ich bin kein Psychiatrist, aber natürlich hat Marcie einen sehr grossen Blut. Das hat sie vielleicht nicht verabschiedet. Sie hat hysterisch angefangen und tanzt durch das Blut. Ich konnte sie nicht, um sie zu spüren, also hatte ich keine Alternative, um sie zu spüren. Sie ist noch im Bett. Bitte schau sie später, okay? Bleib zu kurz stehen. Kannst du wieder vor mich stehen, bitte? Ja, die wird bestimmt so einen Schock ihres Lebens haben, dass sie jetzt so hysterisch mit einer Lampe tanzt. Schon immer sehr hart, ne? Mhm. Malest du auch mal kurz? So, okay. Noch eine Lock. Peggy, have you heard the news? Some nutcase blew a Monterby Station, along with our men. I still can't believe our luck. Peggy, we are rich. Really rich. We never need to work again. Who would've thought that our two sappy hubbies would be worth so much dead? Surely you remember the life insurance policies we took out on them last year? Peggy, Peggy, now we just have to find a way to get off this ship and then we can go on a fantastic shopping expedition. Ich hab den next mit dich an. Geh mal, du wartest bitte nochmal. Geh mal, du wartest bitte nochmal. Wo? Wo? Pillen. Wo? In mir. Warum? Weil ich es gerade aufgenommen habe. Ja, aber war... Was? Wie? Dexterity Devlets. Ah, okay. Ich verlaufe mich nochmal weiter, ne? Ist okay. Jo. Wie geht's zur Wissenschaft, aber... Ist das nicht abgeschlossen? Nö. Nicht mehr. Eben. Hier auch nicht. Eine Milch. Übrigens, ich kann... Ich kann die Kamera nicht... Ich kann die Kamera nicht mehr aufnehmen. Ja. Ja. Sorry, ich wurde von zwei Assassinen assassiniert. Ja, ist gut. Überleben hatte davor erst eure Prioritäten. Ja. Ah! Da ist auch noch was. Es ist wieder soweit. Das Spiel war zu lange nicht mehr ekelhaft, so ganz. Was? Oh, wie ich es vermisst habe. Ja. Ey, die ist leer. Und die andere ist gejammt. Defekt. Arsch. Reparieren habe ich leider nicht gelernt. Das ist mir dann auch mal kaputt. So, jetzt. Da. Danke. Mein Held. Ja, wo bist du? Da. Zum dritten Mal an dir vorbeigelaufen und gestorben. Ah, Kubert. Kubert endlich. Ja. Mit Aktivierungsschlüssel. Weiß nicht. Okay, dann erstmal ohne. Nebenbei, Kryo-Kapseln, die noch in Ordnung sind. Was? Was? Da, wo die Kryo draufsteht. Boah. Naja, 10-0 Jahre, ne? Ja. 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 Also... Da. Ja. Ich habe das gerade nicht. Okay. Den brauche ich auch nicht. So, ein Leichensack und hat die Laborkittel. Und wo Laborkittel sind, sollte der Chemie... ...weicht gar nicht mal weit sein. Oh. Oder doch. Oder wahlweise das... ...Verbrenn... ...Narium. Crematorium. Ja. Das Wort war mir im Kopf, aber ich habe das richtige Wort nicht rausgefunden, leider. Jo. Deswegen ist das jetzt das Fabrenarium. Fabrenarium. Ja, auch gut. Ah, das ist nämlich unser erstes Fabrenarium. Auf der... Von Braun. Ich war auch so super, ne? Aus dem Braunboost. Gut. Ich brauche erstmal ne... ...verdammte Möglichkeit hier... Ha! Leitern! Das ist egal. Ich will jetzt nicht hochkommen brauchen, das ist alles leer jetzt. Ich werde es mir aber ansehen. Trotzdem alles leer. Es ist mir egal. Du weißt nicht, ob die Aussprache eingehen? Okay. Nein, wollte ich nicht. Da es mir, wie bereits erwähnt, egal ist. Ah, ja. Damit waren wir jetzt hier überall, naja. Waren wir hier auch schon? Ach, ne, ne. Wir sind hier nur gerade durchgerannt. Hier. Das ist voll Programm. Am I dead, divide intruder? Am I dead, divide intruder? Ach, ja. Das war jetzt schön. War's das? Ich habe gerade den Deckenlaser dazu genutzt, um meinen Gegner zu Deckenlasern. Oh. Weil wir nicht einer von diesen Schrotfinden halten zu mir in den Weg gelaufen ist. Verwärts, alle Systeme zurück in normal. Ach, der ist noch da. Okay. Gut, du hast da gerade explodiert. Der Kerl, der mit dem, mit dem, den Granaten nach uns wirft. Ah. Also im Endeffekt nach mir. Wie gibt's diese Leute eigentlich hier in dem Spiel? Granatenwerfer. Ich, ja. Ah, da aus. Jo. Basel. Hat sich alle doppelt geschossen? Sind das zwei Kanonen nebeneinander? Ich glaube nein. Dies Game. Nein, es ist nur eine. Was ist das? Haben wir vielleicht noch einen Lock? Haben wir sogar. Unfortunately, I don't know any more than I did a few days ago. None of the known poisons have any effect. As far as I can tell, this life form, or whatever it is, doesn't seem to have originated on Jeteta. Where could it have come from? Hmm. Lass mich raten, ich darf abwehren, hm? Ich hab soeben abgewehrt. Ah. LeRoy Jenkins Match? Tch. Tch. Psss. Unmöglich. Ne, mal wo ist eigentlich diese scheiß Security-Kamera? Ich weiß es nicht. Hey, die funktioniert nicht. Gut, einer lenken Sekunde ab, der andere kann dann rechts reinrennen. Was teilweise würde ich gerne reinrennen. Was die auf Pfeilen stand, ja. So. Ähh... Du hältst mich ein paar Schusser aus, weswegen. Okay. End of security alert. All systems back to normal. Ich hab mir jetzt ne Medi-Spritze rein und versuch jetzt irgendwie... Erstmal diesen scheiß Ninja, der sich hier versteckt, umzubringen. öhh. Gah. mh. Dann müsste man den nicht eigentlich auch über die Szentrale Sicherheits-Verregelung abschalten können. m-m. Aber das wäre logisch. Kann ich mal hier... Äh, ich krefe den von hier aus. Klapp aus. Gut. Ich auch. Ach, schade. Übrigens. Chemie. Chemie? Was soll Chemie jetzt tun? Äh, Chemie, ja. Gut, sehr gut. Wenn sie richtig Zutaten da haben. Was brauch ich denn hier? Ich brauchte Osmium und Kalifornium und noch irgendwas. Alles nicht da, äh. Da! Nebenbei? Ja. Lab Systems. Galium brauch ich auch noch. Alles nicht da. Bleib ist es nicht. Brauch ich aber grad nicht, weil ich grad nichts zum Erforschen habe. Hatten wir noch einen Code für den Science-Bereich? Oh, schön. Simon? Ja? Hatten wir noch einen Code für den Science-Bereich? Frage? Äh, lass mal schauen. Ich glaub nicht. Und jetzt ein Code für Labor. Ach, das hat er uns auf Deck 3 gesagt. Ich erinnere mich. Jo. Ah, die Labor-Mäuse. Ich hab übrigens grad noch ein Loch aufgesammelt. Oder war das noch einer? Fangen wir nach. Mal nachschauen. Ja. Dr. Ludwig, ich bin nicht sicher, ob ich richtig verstehe, dass ich die Schöne von meinen Dutaten als Labor-Astiftung verstehe. Du wirst mich wirklich nicht, dass ich die Schöne schlafen habe, oder? Bitte sag mir, du bist nur schuldig. Ich find die Dinger lustig. Bei mich fließt im Kreis. Simon? Hm? Oh. Kaputt. Du hast aber auch Schaden gekriegt. Ja, die beißen. Nebenbei. Hamburger. Lock. Ja. Mein Lieber, Marcy, was würdest du denken, dass ein Labor-Astiftung so ein bisschen getan hat? Geh'n used to the rats. They really are adorable beasties. And if you happen to me, komm to me or contact Dr. Slay. I hope this is clear to you now. We have another lock. Yeah, we have it. John is dead. He was on his way to you when suddenly there were these strange black eggs with an odd cloud surrounding them. We fired on the eggs, but unlike the others, these ones don't burst. John tried to run through them, but it seems the cloud is toxic. He died immediately. Stay at the escape pods for now and don't try to pass through the eggs. I informed Dr. Ludwig and he is trying to analyze the cloud. Gut, dass du es weißt. Vielleicht wird er eine Lösung finden. Wie auch schon damals von uns bekannt. Hm. Das heißt, du hast das Toxin jetzt mitgenommen? Ja. Na gut. Dann machen wir ihn auch fertig. Erstmal gehen wir hier hinten runter. Ja. Ich nehme die Bereiche rechts. Ich nehme die Bereiche rechts, du rennst rechts und rein. Junge. Ja. Wir nehmen beide die Bereiche rechts. Nein, tun wir nicht. Dann wir nehmen die Bereiche links jetzt. Junge. Riesenratten. Ich habe einen Schwanz aufgegangen worden. Das ist doch böse. Was, wo? Ach, da. Am I dead? 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 Very well. Oh, okay. Das geht natürlich auch. Ja. Ja, ne? Ja, nicht gesehen. Moment, wir einmal durch wären. Aber wir haben die Sache, die jetzt da in das Dekontaminationskram, Dingsgebumst, reinzutun, gehabt zu sein. Ja. Speichern. Will ich doch auch hoffen. Weiß ich was, du hattest das ja, glaube ich, das Doxin A. Ja. Also ich speichern, oder wie? Ja, wie immer. Also immer hast du gespeichert. Ja, das war offscreen. Bäh. Ja. Bäh. Bäh. Nein. Bäh. And stuff. Deck 3. Deck 3. Also die Fahrstuhle laufen sehr flüssig momentan. Das ist gut. Hm, die Fahrstuhle laufen echt sehr flüssig. Jo. So. Hi. Hi. Hab ich hier den Gastern schon reingeparkt? Ich glaub schon, ne? Hatte ich, ja. Oh, live for every one, nee. Dass so'n total eklavt durcheinander geworden ist. Ach, was soll's. Warum, musst du? Ich muss den Weg wiederfinden. Da unten war das. Äh, der hat geradeaus. Tja, aber ich musste den Weg erst in dem blöden Raum rausfinden. Also, ja. Darf ich jetzt einsetzen? Ja, und ich stell mich hier unten hin. Und schau zu. Bist du soweit? Ja. Alles gut, ich leb noch. Bin noch bei Bewusstsein und bei Verstand. Nein. Wer hätte so viel gedacht, dass du so sinnvoll sein könntest? Vielleicht sollte ich dich nicht mehr leben. Für ein bisschen länger. Bis du mein Schiff, mein Schiff, mein Schiff. M-me-me-Schiff. Wie ist das biologische Spiel? Da geht's nicht weiter? Doch. Ach, erstmal unten. Gut. Vorsicht. Gut gemacht. Ich glaub, wir hätten doch oben so'n Sicherheitsteil. Irgendwo oben, ne? Äh, nicht hier. Ja. Lass mir ein Alarm ablaufen. So viel Psi hab ich nicht mehr. Schau ich mich schon mal ein bisschen um, ne? Jo. Das ist aber schwer gedamaged hier. Wei, wei. Ladies, bitte. Mit Wives. Ah. Ach, das sind zwei noch. Ja. Ich sag doch, mit Wives. Und so. Bist du nach links, oder bist du schon rechts? Wie noch links? Ja, hier von... Von Gang aus. Sicherheit alert. All systems back to normal. Ich bin nochmal bei den Midwives. Okay. Ich werfe den Sinterhalten schon mal das Shuttle aus, ne? Ja, nicht ohne mich, bitte. Ah, kann ich sowieso nicht, wie's aussieht. Da brauchen wir noch irgendwas für. Oh, das ist das Falsche. Das Shuttle sieht ganz aus. Okay. Moment. Ja, und ganz viel explosiver Kram hier an der Wand. Hm. Hm. Tuttle Lounge Control. Ach, ja. Soll ich? Versuch's, aber ich glaub, das wird auch nichts bringen. Ah, das braucht ein Code. Brauch ein Code. Haben wir Launch Codes. Und so weiter abfeuern, Rückskatzel starten. Nein, haben wir noch nicht. Bill, lass mich immer von den Lattern runter. Gut, gehen wir noch mal ins Lager, weil ich glaub, da war ja irgendwo ein Launch Code. Na, wenn wir das jetzt nicht können, können wir einen Speedrunner machen. Was? Was? Oder wir gehen einfach hinter der Brücke weiter. Ist gut. Wie hinter der Brücke? Links rum. Genau. Nein, links ist schon richtig gewesen. Lecker. Lecker. Okay. Okay. Okay.